Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4Orner, wieder in der Beta und ja, weiter geht's. Ich guck nochmal bei Befehle, ich hab grad gesehen, Herrschaftsmeister, müssen wir noch ein Match gewinnen. Und das machen wir jetzt auch. Herrschaft ist hier unten 4 gegen 4 und das nehmen wir in Angriff. Ein Match gewinnen werden wir doch noch schaffen. So, und da sind wir auch. Wir haben ein Match gefunden, wir gucken mal. Der Gegner-Team hat einen 1er dabei, das ist sehr schön. Ein 3-2er ist auch voll in Ordnung, kann ich mitleben. Der 13, 14, der ist schon krass, dieser Eye-Cut-Wood, Wood, alter. Der schneidet Holz. Okay, der ist auch nicht so gut. Oh, wir haben aber auch einen 1er dabei, Silver, Silver ist auch noch ein Anfänger. Jay ist ungefähr, ja. Aber eigentlich sollten wir das machen. Dieser Eye-Cut-Wood, den müssen wir unter Kontrolle kriegen und dann passt das alles. Aber wir gucken mal. Toröööö. So, ich gehe wieder gewohnt auf mein A. Auch wenn ich weiß, dass da gleich einer sein wird. Da kommen sie. Oh, zwei. Zwei ist jeglich. Oh, hier sind wir auch alle von uns. Oh, oh. Wir brauchen Ausdauer. Wir brauchen Ausdauer. Oh, nicht getroffen. Haben wir die schon mal kaputt gemacht? Das heißt, wir gehen auch gleich runter und holen uns noch. Obwohl, wir können auch... Ja, jetzt haut er wieder ab. Das ist dieser Gute. Boah. Okay, der ist echt gut. Der blockt gut. Braucht nur ein bisschen Ausdauer. Und jetzt ist er unten... Oh, doch nicht. Gras, hat er ein Glück. Oh, oh. Kacke. Kacke. Aber so gut ist der gar nicht. Also, der kann gut blocken, aber angreifen kann er jetzt nicht so krass. Naja. Kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin. Ist ungefähr ausgeglichen. Der Gegner führt... Na, der Gegner führt ein bisschen, aber jetzt werde ich auch mal in der Mitte mir ein paar Bots holen. KIs holen. Geil, das gibt mir echt Energie zurück, wenn ich die töte. Das ist nice. Guck mal, den holen wir uns jetzt hier mal. Scheiße, hier hat man eingetroffen. Tut mir leid. Aber wie er mich instant dann auch angreift. Und jetzt kommen sie gleich von beiden Seiten hier wieder. Das war's. Für dich war's das auch. Okay, ich muss ein paar Bots killen. Ich brauche Energie. Geil. Das feiere ich richtig, dass ich jetzt so Energie kriege, wenn ich die... Die LOL-Gegner hier töte. Oh, nicht meine eigenen. Oh, da kommt noch mehr. Da kann man jetzt nicht auch mal einfach rein ins Getümmel, weil... Ja, da hinten holt er sich A. Wieder mein eigener nicht angegriffen. Warum macht der das? Der nervt mich ein bisschen. Der eine Samurai mit dem lila Schwert. Ah, jetzt ist wieder der Gute. Ah. Ah, ich hing auch noch am... Am Dingsfest, am Fass. Ich wollte nach rechts rollen und hing halt direkt am Fass. Schade. Schade, schade, schade. Schon zweimal gestorben. Nicht so gute Runde, nicht so gute Runde. Aber wir liegen nicht so weit zurück. Das ist noch machbar. Wir wären einfach in der Mitte mal ein bisschen. Oder wartet mal, wir holen uns mal C. Stürmen wir mal zu C. Scheint nämlich keiner zu sein. Doch. Wen haben wir denn hier? Ich kenn ihn noch gar nicht. Wollen wir uns mal daten hier, oder was? Oh. Kriegt er wieder Hilfe von diesem... Kack, nu? Wird er erobert, dann krieg ich nämlich Energie. Zone C, eingenommen. Boah, hat der ein Glück. Zone C, verloren. Ich glaube, die Wollen geschlagen werden. Ich glaube, die Wollen geschlagen werden. Wenn der gleich wieder ankommt hier. Ich muss auf jeden Fall eine Runde fliegen. Ich hole mir trotzdem C wieder. Da kannst du mal was willst. Zone C, eingenommen. Zone C, eingenommen. Zone C, eingenommen nämlich. Ich hätte mich jetzt noch ein bisschen heilen können, aber... Wir brauchen jemanden... Meine Hilfe! So, Genickbrecher. Damit er nicht geheilt werden kann. Sehr schön. Warum dann mein eigener mich wieder angreift, weiß ich auch noch nicht. Und wieder Genickbrecher. Geil. Energie, Energie, Energie. Dann hängen wir hier ein bisschen durch. Ach stimmt, wir haben auch dieses... Wir gehen mal hoch zu A. Ich glaube, die holen sich A. Wo sind die hin? Bei C also. Oh, von beiden Seiten. Au, au, au. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich mach wieder mein Special. Oh, scheiße. Okay, das wird jetzt... Na, schräubende Sache. Auch auf der Treppe kann ich den nicht rammen. Ah. Kacke. Konnte ich nicht rammen, weil er auf der Treppe stand. Das ist doch scheiße. Oh, hier. Eikard Wood. Ist, äh, historisch. Das heißt, der ist schon übelst lange nicht gestorben und hat richtig viele getötet. Wir müssen uns weilen, wir müssen uns weilen. Ich hol mir A. Ich hab ja extra einen Pfeil mit A links, war, grad. Ist der Willy Boy hier? Ah, ist er. So, Willy Boy. Ah, ich dachte, ich muss aufpassen. Och, jetzt kommen noch zwei. Ach, den krieg ich aber auch nie gerammt. Das ist eklig. Eklig, eklig, eklig. Sei standhaft und kämpfe. Okay, wir dürfen nicht sterben jetzt. Leichter getan, hat's gesagt. Aber. Leichter getan, hat's gesagt. So, jetzt können alle wieder spawnen. Ich würd doch direkt fast sogar bei A bleiben. Weiß nicht. Leben oder Tod. Ich steh schon wieder auf dem... Beipackzettel. Ich geh mal hier hinten runter. Kill mal noch ein paar. Von denen hier. Dann sind die nämlich auch bei 1000. Obwohl, 40 ist schon ganz schön doll. Wir können den da noch helfen. Na, die beschützen den. Boah. Ich kann weder blocken noch irgendwas. Das war's. Was hab ich denn hier bitte gerade gehabt? Naja. Gegen vier Mann. Krass, was ist das für eine Sicht? Was hab ich aktiviert? Da haben wir leider verloren, Leute. Ich muss doch aber noch eins gewinnen. Schade. Wieder diese Kackschulter. Die gehen mir ja richtig auf den Sarg. Springgeschwindigkeit möchte ich nicht erhöhen. So. Ich hoffe, die bleiben mal alle drin. Dann können wir nämlich gleich noch eine Runde ballern. So. Und dann kommen wir zurück. Zur zweiten Party. Wir wollen gewinnen natürlich. Eine Sache fehlt uns noch. Einen Gewinn fehlt uns noch. Aber wie ich gerade sehe, wir starten wieder in einem angefangenen Game. Und liegen auch noch zurück. Und cool. Dann gucken wir mal, dass wir gleich mal zu A rennen. Mensch, ein Game ist, wo wir doch jetzt mal noch gewinnen können. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, da oben ist A. Ich hoffe, die drücken nicht. Ne, er drückt nicht. Dann holen wir uns gleich mal A. Gleich mal wieder aus. Die Bude. Oh, oh, oh. Ein kleines Chinesischen. Die haben wir wieder. Oh, nein. Warum, ey? Holst du mir doch Hilfe hier? Oh, nein. Nein. Nicht Breaker. Nicht Breaker. Nicht Breaker. Da bin ich doch tot. Na ja, Chinesi. Chinesilein. Ja, jetzt rennen. Jetzt rennt er. Nein, nein, nein. Jetzt klauen die mir schon wieder den Kill, ihr blöden Penner. Ach, den hätte ich noch alleine geschafft. Ah, alleine. Da ist schon wieder der Nächste. Oh, 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 oh. So, das für eine Attacke. Die können die noch gar nicht. Man kann ja nicht mit seinem Schild an alle Richtungen locken. Was ist das für ein Quark? Ach, rammt er mich kaputt. Schade. Oh, wir haben gut aufgeholt, ey. Wie schnell haben wir jetzt bitte 400 Punkte gemacht? Ja, okay. Die hole ich mir jetzt aber wieder. Die A. Obwohl, wir gehen erstmal in die Mitte. Oder gehen wir in die Mitte? Ja, wir gehen über die Mitte zu A. Ein bisschen hier, aber ein bisschen wie LOL. So, du musst die Lanes einnehmen. So. Ja. Steht da oben einer? Ne. Steht keiner am Hebel. Gucken wir mal. Bei A ist auch keiner. Mal auf die Mini-Map gucken. Doch, da ist er wieder. Ey, Kollege mal halb lang. Oh. Gerade auf die Karte geguckt. Wieder die? Oh, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Kacke. Ah, das war... Mäh. Na, mal ist ein gutes Spiel. Mal hat man ein schlechtes. Komm, wir gehen jetzt erstmal auf B. Ich muss mal hier noch ein paar... ein paar KIs töten. So, ins B hier zurückholen. Gehen wir uns den kurz mal mit. Und weg ist er. So, haben wir uns B geholt, um ein bisschen Energie wieder aufzuladen. Hier rein ins Getümmel. Ah, da kommt schon einer von denen. Oh, oh. Okay. Ein mehr, China-Männchen. Den haben wir, den haben wir. Was denn? Ruhe, Junge. Mein Mitkämpfer. Okay, wir führen. Jetzt müssen wir die nur noch killen. Dann haben wir die. So, ein bisschen hier durchbrühen. Okay, da haben wir schon einen von denen. Den werden wir mit seinem wegkicken. Komm, die holen wir uns jetzt. Ah, hier oben sind sie alle. Bam, haben wir den ersten. Jawoll. Knick-Breaker. Knick. Boah, wie wird die umrasieren? Hier ist noch einer. Ich möchte dich. Du gefällst mir. In meiner Sammlung. Komm mal her, jetzt bist du nämlich alleine. Und nicht wieder dein Kack-Kumpel dabei. Michael. Nein. Warum? Hat er mir den Kill geklaut. Aber wir haben gewonnen. Läuft. Das war das fehlende Match. Bam. Wir haben sechs gekillt, sondern zweimal gestorben. Gute Bilanz, würde ich sagen. Gute Bilanz. Erfüllte Befehle. Das wollten wir genauer. Das wollten wir. Und Level 10 erreicht. Wir haben das Pferdesymbol freigeschalten. Okay. Läuft. Wir haben einen neuen Aufsatz für die Axt. Aber der wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Level 11 erreicht. Wir können jetzt auch Bärenfallen legen. Geil. Die Bärenfallen, auf die habe ich auf jeden Fall Bock. Verteidigung. Dafür Ausdauerkosten verringern. Nee. Nee. Rüsten wir nicht aus. Gut, die Leute. An der Stelle machen wir einen Cut. Und sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn es nicht sinking. Tschüss. Töck. 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 Vielen Dank.